Hallo meine lieben Freunde, ich bin gerade auf dem Weg zu Gamescom und deshalb gibt es wieder die sexy Roboter Stimme. Heute habe ich wieder eine abnormal gute Runde mit der Sonntags Lobby gegen die Nurse. Wir sind einfach die Geilsten, kannst du sagen was du willst. Ach ja, kauft meinen Milch und lasst einen Like, einen Kommentar und ein Abonnement da. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde Wellig. Also ich habe ein richtig witziges Bild gesehen gegen Wesker von JRM. Wo der einfach das Perk mit einem, womit du Paletten wieder aufstellen kannst und dann kannst du die quasi permanent sperren, er kann nicht rüberspringen. Naja gut, also nur einmal seine Ability, also genau das geht dann nur darum. Nee, nee, du kannst es ja immer wieder neu ansetzen. Nee, aber seine Ability läuft ja ab, das hat ja nur funktioniert, enemy is necessary, weil er gerade seine Ability am Chargen war. Ja. Genau, aber nachdem, in dem Moment, in dem einmal seine Ability abgelaufen ist, kann er sie ja einfach kicken. Ja, das stimmt. Ja, genau. Aber die Leute, die Weskers wollen ja immer nicht kicken. Ja, man hat ja eh Kudowns, leiden kann er ja nicht. Das ist wieder eine Schmutz-Nurse. Ja, aber Killer wurden gebufft. Ich finde, das sind, nur ist das gerechtfertigt. Und weg mit der alten Schnäpfe. Ich hab diesmal Ding im Zimmer. Nee, ich bin Samodjam. Samodjam. Ja, Samodjam wollen wir Killer. Nicht Killerjam. Verstehste? Verstehste? Ich bin schon dran, wo bist du? Hier mit True. Ja, das war Song of the Storms. Oh, Infernala, Amageddon, Chase, der Hölle des Hochs Grauens. Jetzt regnen vom Himmel, die krachen auf dem Boden. Oh ja, ich seh jetzt, guck mal, Dalu, siehst du das über uns? Das Wetter, wie sich's geändert hat? Nee, nee, das war... Jetzt regnet's, weil die ganzen Wolken sind verdampft und bilden Riesentropfen. Nee, bei uns ist Schnee tatsächlich. Nee, das ist Staub. Hat sie, ist sie noch mit dir im Chase? Asche von, äh, ja, ach, nee, bin nicht mehr im Chase. Ja, danke, danke. Ich hab für einen Vulkanausbruch gesorgt, wenn ich das nicht hier so umschau, ne, das ist schon krass. Wow. War schon ein heftiger Chase. Any Values? Alter, was war das denn, sie hat gecheatet. Nee, die kann porten. Die Nurse kann auch durch Wende porten. Ja. Ach so. Ich vermisse Botani-Knowledge. Oh my god, das ist ne Running Nerd. Ich spiel's zum Teil nach wie vor in meinem Heating-Bild. Ich nehm halt einfach in Mad-Kit mehr Charges mit, als ich eigentlich bräuchte. Die Porten nicht, die alte. Oder ist einfach ohne Mad-Kit zu spielen, ist auch ganz geil mit, äh, We'll make it. Einfach so, als ihr will. Aber... Ich will, ich will Botani und mehr Charges, nicht weniger. Ich möchte ein Ranger-Kit mitnehmen, womit ich mich sechsmal heilen kann, dann mit Build zu last auf 18 Level. Ich bin, äh, in der Palette. Wir machen unser Proof, wir machen unser Proof worth it. Ich bin in der Palette. Ja, willkommen. Sie hat dieses, äh, dass ich am Boden keinen Sound mehr habe und euch nicht sehe und nichts höre und alles. Das nennt man, glaub ich, K.O. Knockout. Knockout, ja. Knockout. Knoggers. Könnt Locker aufheben. Ich lockte sie so weit weg. Ja, ja, ja. Schon dabei. Boom. Boom. Reicht das? Pass mich an. Nein. Pass mich weiter an. Seine Kiste in den Weg hält, als wenn er so... Hm. Sie kommt bei the way, so wie sie chaset. Hä, ich hab dann zwei Hits getankt und dann hat sie meinen Gamer deadheart gesehen und musste weg. Ich glaub, sie hat jetzt verstanden, dass ich gar nicht mehr liege. Ja. Ich glaub, sie hat auch nicht verstanden, dass ich grad den Gen mache, den wir grad angefangen haben. Wo ein Proof äußerst angebracht wäre. Ja, lass mich kurz vollheilen, dann komm ich wieder. Ich bin ehrlich, ich bin im Chase. Ja, äh, ich bin ehrlich, ich bin Papo. Die Klimaerwärmung kommt wegen mir grade. Die Peitsche. Habt ne Peitsche gesehen, ich bin tot. Ja. Gut, weggepeitscht. Ich bin wieder an nem Gen, der ist auf 80. Ne, der ist auf 50, sorry, abgelogen. Ich hab bin ganz alleine gemacht. Ja. Freunde, Problem. Ich bin real talk tot. Also, ich komm mir auch gar nicht weg. Ich hab keinen Line of Sidebrake. Ich hab gar nichts. Machen wir für Sexy. Für Sexy. Anscheinend bei Ihnen im Dead hat Wechsel jetzt ja einfach die Akko, dass es mal keinen Gamer hat. Doch, ich hatte Akko gezogen absichtlich, um sie für dich outplayen zu können. Die hat einfach mein absolutes krass gekreimt. Summon Jam. Ich war dann einfach verblüfft und dachte ich so, okay, ihn chase ich nicht weiter, der ist zu gut. Ich hab sie mit der Palette gestunt, weil das könnte echt so grove. Sehr gut, wir sind ein krasses Team, Leute. Let's fucking go. Ne, ich hab sie auch gestunt mit der Palette in der Papo lag. Du hattest ja auch einmal in die Presse. Ja, in der Papo lag. Du hattest also ein Bait. Ne, der Bait war aber schon, der Bait war aber schon 10 Minuten weg, aber das wusste sie nicht. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Stell dir mal vor, gegen die Nurse jetzt einen Haken zu kommen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Man kann mich aufheben. Ich bin gerutscht fertig. Ich heile hoch. Ich bin auch nicht tot. 80% Clur. 80% Clur. 80% Clur. 80% Clur. 80% Clur. 80% Clur. Ich bin dran, er ist bei 50. 20% auf Tiernahrung. Sie hat mich verloren. Sie hat keine Ahnung, wo ich bin. Mehr auf alles außer Tiernahrung. Tatsächlich. Dalu hat eine Neu-Kippe, der kann von selbst auf Tiernahrung gehen. Ach du Schwein, das... Oh, was? Was? Wie ganz sie da stand und weiter vor sich. Pacho, da wo du lagst, gegen Jen Lumpens. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Summer Jam. Sie hat Nurse Calling mit sie mit sluggen. Sie hat auf jeden Fall Nurse Calling. Das wäre mit, wenn sie sluggen wollte. Wenn das so eine Slug Nurse ist. Dann läuft sie im Moment echt nicht gut. Vor allem, ihr seid doch chaot worden. Warum sehe ich eure Augen? Ich seh aber nichts. Der, der am Boden liegt. Ich seh eure Augen nicht. Doch, eigentlich. Ich seh Dallus auch nicht. Ich liege da oben. Die ganze Zeit sehen, wo Leute liegen. K.O. müssen sie das eigentlich verhindern. Ich bin zu nah dran. Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Geht jemand zu Summer Jam? Ich bin doch nicht tot. Ja, Summer Jam ist gleich wieder oben rumgelaufen. Ich bin permanent nur hoch. Teleport kommt, Teleport kommt wieder. Zu wem ist die Frage? Sie ist immer noch bei mir. Das ist gelogen. Noch habe ich. Ich baite wieder mit meinem Medikit rein. Sie hat wieder geschlagen. Sie ist sauer. Wiederhole 90. Mein Chase. 8. 7. 6. 5. 4. Ich bin down. Ich habe Adrenalin. Ich habe Adrenalin. Ich habe Adrenalin. Ich habe Adrenalin. Mach mal an. Schnell. Mach an. Mach an. Summer Jam. Bitte mach an. Doch mach mal an. Mach mal an bitte. Jetzt machen wir an. Machen wir an. Irgendwann muss jetzt anmachen. Bis tot. Die hat's safe noch nöt. Ihr könnt euch den Jam-Bed anmachen jetzt. Ich zäh runter. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Oh sehr gut. Dankeschön. Iiiiii. Iiii. Ich hab Adro. Sie lässt ab. Sie lässt ab. Sie hat auch gerade vorm Ausgang geportet. Ich bin schon verhalten fertig. Ich hatte übrigens wirklich ihren 90 Prozent General. Papo hat den einfach ruiniert. Papo ich mache Exit. Oder auch nicht. Sie ist zum Ausgang gesprungen? Ich weiß nicht genau was die Nurse macht. Ich glaube mit K.O. Wollte sie wirklich einen 4-Mann-Slug machen. Ich hab wie ein Problem. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass sie einfach mich bekommen hat. Hey, Samo Jam, komm mal her. Kuss. Ich heile hoch. Ich mache ganz allein die Heilung auf Dado Card. Ganz allein, habe ich es auch geschafft. Ich heile mich auch noch selber kurz. Ich heile übrigens auch mehr, weil ich mit Medkid heile. Also 75% geht auf mich hier. Sie hat kein Nöt. Okay, warum gehe ich dann raus, ist die Frage. Warum gehe ich dann raus? Ich habe kurz Angst gehabt. Die Nurse hat auch absolut keinen Bock mehr. Ich habe noch einen Hit bekommen. Aber diese Nurse war wirklich ein bisschen los. Ja, ich habe auch kein Mitleid mit Nurses. Okay, also die Krankenschwester. Nebelniete. Nebelniete. Herrlicher Name. Ja, ich meine, also trifft deine Wahl, finde ich gar nicht so schlecht mit Floods of Rage. Ich finde, trifft deine Wahl auch geil, wenn du nicht huckst. Ja, ja. Ja, das ist echt gut, richtig gut. Also, sie hat 69 Stunden in Hentai-Shooter 3D. Der Typ hat mit Absicht wirklich genau 69 Stunden in Hentai-Shooter 3D. So einer ist das. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.